Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Geek Talk Daily am Donnerstagmorgen, am 4. Juli 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 446, genau, so rum. Facebook, KI, Games with Gold, WatchOS, Störungen, Memoji und Portal. Ich beginne mit Facebook und einer KI, mit der man da aktuell experimentiert. Also ich denke, dass es nicht die einzige ist, aber eine, die interessant ist. Ihr kennt sie, die ganzen Foodpicks, man macht sie überall, ob zu Hause oder auch in Restaurants, im Zweiten wahrscheinlich öfter oder vielleicht nicht mal. Das könnt ihr urteilen oder vielleicht auch mal über die Kommentare oder über Social Media mitteilen. Was seht ihr mehr? Restaurants, Foodpicks oder solche von zu Hause? Ja, um was geht es genau? Facebook ist daran, eben die KI zu schulen und zu optimieren, die, wenn ihr Foodpicks macht, gleich die Rezepte dazu auflisten. Sprich, nicht die Rezepte, sondern aktuell zumindest, was da alles drin ist. Als Beispiel ist da ein schönes Bild drin mit einer Pizza und wenn ihr ein Foto davon macht, errät die KI, was da drin ist. So Pilze, Käse, Öl, Pfeffer, Zwiebeln und so weiter. In einem weiteren Zug soll dann da auch die Möglichkeit dazu kommen, das Rezept, wie man es kocht. Das Ganze basiert auf, ja, logischerweise bestehenden Rezepten, die online sind in diesem Netz und die ähnlich ausschauen und dann schlussendlich abgeglichen werden. Wer sich das mal ausprobieren möchte oder noch genauer einlesen möchte, Link bei uns in den Shownotes. In dem Beitrag auf Mobile Geeks ist auch ein Link zu GitHub, wo ihr den ganzen Code dazu runterladen könnt, sowie das komplette Paper zu der Technologie. Spannend, 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 wo uns da die Zukunft hinbringt. Gestern hatte ich es drin. Die Playstation-Seite, heute geht es um die Windows, oder nicht Windows, sondern Xbox, genauer gesagt Xbox Live Gold Seite. Wer da investiert ist, sprich monatlich ein bisschen Geld in die Runde schmeisst, bekommt wieder vier neue Spiele. Welche das sind, neben Insight, das könnt ihr euch in den Shownotes erklicken. Big Crown, eines verrate ich noch, den Rest müsst ihr nachschauen. Ja, dann kam gestern, vorgestern auch das Update in der dritten Generation, oder zumindest die dritte Beta-Update bei iOS, iPadOS, MacOS und watchOS und tvOS raus. Wer sich das installiert hat, ich gehöre ja leider, oder zum Glück, oder wie auch immer, auch dazu, aktuell noch immer zum Glück, der hat vielleicht was entdeckt. Wer watchOS in der neuesten Generation drauf hat, also die dritte Beta, der kann jetzt neben den ganzen Drittanbietern Apps, die man installiert, auch standardmässige Apps, also sogenannte Standard-Apps löschen. Ein Ding, was auf iOS schon ein bisschen länger geht, auch nicht ganz alle und nicht ersetzbar und das ist ein anderes Thema, aber man kann jetzt unter anderem Walkie-Talkie, EKG, Zyklustracking, jetzt anhören, Fernbedienung und, 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 also weitere Apps rauslöschen. Um Platz zu sparen, macht man das nicht, vielleicht wahrscheinlich einfach um ein bisschen, ja, die, den, die Übersicht der Apps zu, besser zu ordnen. Ich würde da sicherlich den einen oder anderen auch rauskicken, habe ich bis jetzt eigentlich nie getan, respektiv halt einfach nicht der App die Möglichkeit gegeben, sich auf der Uhr zu installieren. Ja, gestern Abend war es still in diesem Internet. Facebook, Whatsapp und Instagram waren ein bisschen down. Der eine Dienst ein bisschen länger, der andere Dienst ein bisschen intensiver. Ich habe es irgendwie festgestellt, als ich plötzlich nicht mehr bei Instagram Stories anschauen konnte. Ich wollte mich ein bisschen durch gewisse Stories durchklicken. Da habe ich nichts, ja, komisches gedacht, bin dann gleich wieder raus, rüber zu TikTok. Ja, und dann kam ein iMessage von einem lieben Hörer, Gruß an der Stelle an den Chris, der mir eben geschickt hat, dass Whatsapp down ist und Facebook und eben Instagram gehört auch in die Runde. Nicht nur bei uns, Deutschland, Österreich und Schweiz, sondern quer über die Welt verteilt. USA, weiß ich nicht, aber Malaysia, also Asien und im Osten hier auch, ja, ziemlich unschön. Ein offizielles Statement gab es zumindest bis zum Aufnahmezeitpunkt von Facebook her noch nicht. Was das war, werden wir sicherlich mitbekommen. Ich habe natürlich gleich einen Tweet rausgehauen. Man könnte ja auch Podcast hören und habe da gleich mal ein bisschen Eigenwerbung gemacht für unter anderem Geek Talk, dann natürlich das Daily Format und das Crowdfunding Format, was ich ja auch noch betreibe. Wenn es interessiert, Links dazu findet ihr auf der Webseite zum daily.geektalk.ch, oben bei den kleinen Logos rechts oder Immobilversion ganz oben. Aber genug der Shameless Self-Promotion, gehen wir weiter zu jemandem, der gerne kopiert und das tun sie ja alle. Zuerst Samsung, dann Huawei, dann Oppo, die MeMojis, M-E-M-O-J-I von Apple, die bewegt animierten Emojis oder die Gesichter, die man, 3D-Avatare, das war das Wort, das ich gesucht habe, Die kamen dann plötzlich auch bei Samsung raus, da hießen sie AR-Mojis, bei Huawei hießen sie Q-Moji, bei Oppo O-Moji und eben jetzt kommt Xiaomi mit MeMoji. Ja, das klingt irgendwie genau gleich, ob ich es richtig ausspricht, weiss ich nicht. Der einzige Unterschied zu Apples Version ist, dass nicht ein ME, sondern ein MI ist, für Xiaomi wahrscheinlich. Ja, das ist aber nicht das Einzige. Andere Hersteller, wie eben Samsung, Oppo und so weiter, waren noch ein bisschen kreativ und hatten eigene Gesichter gemacht. Die Gesichter hier sehen dann denen von Apple schon deutlich ähnlicher. Ja, jetzt kommen wir da wieder mit der Geschichte der Kopiererei. Wer hat es von wem? Ich glaube, Apple hat es ja selber auch nicht erfunden, aber definitiv berühmt gemacht. Und ja, was sagt Xiaomi dazu? Ja, Apple hat keine Marken, wie sagt man dem, Markenrechte angemeldet und somit darf man das ja sehr schnell dreist. Wie auch immer, kann man machen. Aber eben, weiter geht es mit einem letzten Thema für heute. Microsoft, die haben ja verschiedene Dienste, verschiedene Softwareen, verschiedene Betriebssysteme etc. Und zu denen gibt es seit dem Jahre, ich glaube es war im 2014, auch die sogenannten Insider-Programme. Das hat damals begonnen, als man mit Windows 8 nicht unbedingt in alle Herzen gegangen ist. Ich meine es schon, aber das ist eine andere Geschichte. Das kennen die Geek-Talk-News-Hörer sicherlich von früher. Und da hat man die Community mit eingebunden, um Windows 10 besser zu machen. Da hat man Inputs geholt, ähnlich wie man es ihr bei Apple natürlich auch kennt und bei vielen anderen Herstellern, wo man eben Beta-Software hat, Beta-Möglichkeiten hat, wo man als Kunde sich Dinge vorab anschauen kann. Und dann zuerst die ganzen Features bekommt, die vielleicht gar nicht mal dann schlussendlich weitergepflegt werden, weil sie dann doch nicht so toll waren, wie gedacht. Aber ja, es gibt Insider für den Office. Es gibt es für Windows, logischerweise. Es gibt es sogar für Skype, für Visual Studio Code. Es gibt es für Xbox, gibt es auch ein Insider-Programm. Dem einen oder anderen bin ich auch angeschlossen. Und der eine oder andere Rechner, irgendwo da hinten, hat auch irgendwelche Insider-Dings drauf. Da müsste ich wieder mal ein paar Updates machen. Witzigerweise gibt es auch Insider-Programm für Bing, wie ich gesehen habe. Und das Ganze hat Microsoft jetzt kanalisiert. Genauer gesagt, portalisiert. Irgendwie gibt es das Wort überhaupt. Auf jeden Fall haben sie ein Portal, was jetzt eben die ganzen Insider-Programme zusammenbringt. Wer sich da mal ein bisschen umschauen möchte, was das Ganze ist und so weiter. Ich kann es empfehlen für alle Technik-Interessierten, die eine Windows-Maschine haben oder auch Dienste. Es gibt natürlich auch die ganzen Apps von Microsoft, die auf iOS und Android laufen. Auch da gibt es Insider-Programme, wo man vorab schon Dinge testen kann. Muss nicht nur eine Windows-Maschine sein. Aber wer eine alte Windows-Maschine rumstehen hat oder eine zweite und auf die verzichten kann, der kann da gut mal ein bisschen rumpröbeln. Da kann man die ganzen Neuerungen schon vorab ausprobieren, über die wir teilweise schon eben auch hier im Podcast immer wieder mal sprechen. Das war es jetzt mit den Neuigkeiten zum heutigen Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Euch einen guten und tollen Start in den neuen Tag. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören zum Wochenabschluss. In diesem Sinne, bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.